Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 15. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1333. Heute mit den Themen OnePlus, Little Snitch, WhatsApp, Daten, Rode und Huawei. Heute gratuliere ich der Tamara und dem Daniel zu ihrem Geburtstag. Und dann geht's los mit den Themen. Im Blog drüben auf pokipsi.ch, Link wie immer in den Shownotes und oder im Podcatcher deines Vertrauens, die Shownotes auf daily.geektalk.ch zu finden, da habe ich einen Testbericht zu den OnePlus Buds Pro 2 Kopfhörern online gestellt, die ich im Februar von OnePlus zusammen mit dem OnePlus 11 bekommen habe für einen ausführlichen Test. Die ersten Erfahrungen habe ich dazu schon mal versammelt. Sollte ich noch mehr Erfahrungen und Eindrücke sammeln in der nächsten Zeit, werde ich das natürlich da ergänzen. So viel sei schon gesagt, wenn du über ein OnePlus oder ein Oppo-Smartphone verfügst, dann ist das eine sehr, sehr tolle Wahl. Wenn nicht, dann it depends. Hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie du sie gebrauchst. Neuigkeiten gibt es für alle sicherheitsbewussten Menschen da draussen. Du kennst es vielleicht, du surfst an deinem Mac im Internet, du nutzt Apps und verschiedene Dienstleistungen und weisst nicht, wohin die Daten schicken. Und das kann man mit einer sogenannten Firewall beheben. Auf dem Mac ist da seit gefühlt Jahrhunderten Little Snitch die Anlaufstelle für alle, die da etwas machen möchten. Sie ist aber auch sehr umfangreich und sehr, ich würde mal sagen, nicht kompliziert, aber komplex. Man kann sehr viel machen und auch sehr viel eingrenzen. Jetzt gibt es einen neuen kleinen Bruder. Little Snitch Mini heisst die Software. Man hat immer schon wieder mal darüber was gehört oder gemunkelt gehört zumindest. Jetzt ist sie da. Was kann die App? Die kannst du kostenlos nutzen. Dann siehst du, welche App von dir funkt. Und zwar nach Hause. Wo das zu Hause ist. Ob das in den Staaten ist, ob das in China ist, ob das in Russland ist, ob das in Italien ist, wo auch immer. Das siehst du auf einer Karte dargestellt. Wenn du dann sagen möchtest, gut, ich möchte zwar die App nutzen, aber die soll nicht nach Hause telefonieren, dann brauchst du ein Abo. Und nein, es ist nicht so, dass es ziemlich teuer werden könnte. Es ist angenehm, wie ich finde. Monatlich 1,49 Euro. Schweizer Preis habe ich gerade nicht parat, weil ich den grossen Bruder nutze. Ansonsten könnt ihr das sicherlich nachlesen. Wie gesagt, in den Shownotes verlinke ich dann auch da die Möglichkeiten. Du kannst es auch jährlich bezahlen. Dann kommst du auf knapp 15 Euro, die du da blechen darfst. Was kannst du dann tun? Dann kannst du einzelnen Apps sagen, die dürfen zum Beispiel nicht nach Hause telefonieren. So habe ich das immer mit meinen Adobe-Apps gemacht, bis ich die irgendwann einfach nicht mehr gebrauchen konnte, weil die darauf bestanden haben, dass sie nach Hause telefonieren mussten. Dann war für mich irgendwann auch der Zeitpunkt klar, dass ich von Adobe weggehe. Und das war auch gut so, schlussendlich. Ja, eben. Mit diesem Abo kannst du dann solche Möglichkeiten, eben vom Beschränken. Wer da dann doch noch mehr machen möchte und warum das es sich lohnen könnte, das grosse Little Snitch Software-Stückchen zu holen, welches etwas um die 70 Währungseinheiten kostet, das kannst du im Blogpost, den ich verlinkt habe, nachlesen. Ich kann es euch nur empfehlen, vor allem mal eben auch schon die Grundlagende, also das Little Snitch Mini zu installieren und einfach mal zu schauen, wo das eure Apps, die ihr so nutzt, überhaupt hinfunken dürfen. Ähm, genau. Was haben wir? Eine solche, genau. WhatsApp. Die haben neue Funktionen im Status. Das ist ja dieses Ding, was man von Instagram her kennt und so weiter. Da kann man jetzt auch Sprachnachrichten mit reinpacken. Es genügt nicht, dass da Bilder und Videos mit drin sind. Jetzt gehen auch noch Sprachnachrichten. Na dann, ich wünsche euch viel Spass beim täglichen Hören von 350 neuen Sprachnachrichten. Jetzt auch noch über den Status. Die katholische Kirche soll anscheinend in Amerika sich Daten besorgt haben. Im Umfang von 4 Millionen US-Dollar haben sie Daten von Tinder und vor allem Grindr gekauft, weil es ihnen darum ging zu sehen, welche ihrer Schäfchen, also eben nicht die Schäfchen, sondern die, die hüten eigentlich, also die Pferrer und die Priester, nicht ganz so sind, wie sie sein sollten. Sprich, sich nicht ans Zölibat halten. Damit hat man dann einige der Priester und Bischöfe, was auch immer, in den frühzeitigen Ruhestand bringen können oder sie von, wie sagt man dem, Beförderungen abhalten können. Ich finde das ein sehr unschönes Verhalten. Ich meine, es gab ja früher schon immer die Dame, die beim Pfarrer den Haushalt geschmissen hat. Und da weiss man ja aus vergangenen Geschichten, dass die mehr als eben nur den Haushalt gemacht hat. Man sollte ihn auch nicht verwehren, aber das ist eine andere Geschichte. Und die muss man dann auch wieder so belassen. Aber ich finde es einfach halt schwierig. Rode hat ein neues Mikrofon veröffentlicht. Ihr kennt sicherlich das Rode VideoMic, das schwabbelige Teil, was ihr auf die Kamera machen könnt oder auch mit dem Smartphone verbinden könnt, das für viele so der Standard ist, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Ton aus dem System oder eine Kompaktkamera rauszuholen für das Video. Das ist auch ein Mikrofon, das ich immer wieder mal empfohlen habe, neben diversen anderen. Der hat jetzt endlich einen Nachfolger bekommen. Das Rode VideoMic 2 ist ein bisschen dicker, hat einen stabileren Plop-Schutz. Nicht Plop-Schutz, sondern eine nicht-flexiblere Spinne. Und ist ein bisschen dicker, hat ein bisschen eine andere Löcherstruktur. Man könnte meinen, dass da gar nicht gross was geändert wurde. Aber wie Rode selbst sagt, ist da im Inneren sehr viel angepasst worden. Da hat man nämlich die grössere Technik von den Richtmikrofonen etc., die dann ein bisschen preislicher, intensiver sind, hier als Technik in das kleinere, in das günstige Mikrofon verbaut. Für wie viele Währungseinheiten es in den Verkauf kommt und wann es bei uns starten wird, weiss ich noch nicht. Vielleicht können wir uns das bald mal ein bisschen genauer anschauen. Und zu guter Letzt habe ich noch für alle Neuigkeiten, die wie ich gerne eine Huawei-Smartwatch sich um den Arm schnallen und die eine Huawei Watch 3 oder eine Huawei Watch GT 3 haben. Denn die bekommen jetzt langsam aber sicher auch bei uns in unseren Breitengraden das Update auf Harmony OS 3. Bei mir rechts nebendran lädt das Update gerade. Gleich mal schauen. Bei 91% bin ich. Ja, bald kann ich es installieren. Und dann werde ich auch ein kleines YouTube-Video machen, wenn ich mal gesehen habe, was da alles für neue Funktionen mit drin sind und euch das dann online stellen. Ich werde euch natürlich dann davon berichten, wenn ich dann noch dran denke. Aber ansonsten geht YouTube, sucht nach Poughkeepsie Network und abonniert euch den Kanal. Aktiviert die Glocke und dann seid ihr dabei. Verpasst es nicht. Wie auch immer. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und vielleicht hören wir uns bald schon wieder. Bis dann. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.